Hallo, herzlich willkommen Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Eine kleine Anmerkung, falls ihr in den nächsten drei Tagen bis einschließlich Dienstag, den 13.11.2012 nichts von mir hört, keine Kommentare vernehmt von mir auf YouTube nicht reagiere, dann liegt es daran, dass ich mich ab sofort in der Endphase der WM-Vorbereitung befinde. WM-Weltmeisterschaft der World Fitness Federation, die am kommenden Samstag in Linz stattfindet. Und somit möchte ich euch jetzt bitten darum, dass ihr ein bisschen Geduld habt bis nächste Woche. Bis Dienstag, da werde ich mich wieder ein bisschen um mein Social Network kümmern, wobei auch hier mit Sicherheit einige Verzögerungen auftreten, weil durch die nächsten drei, vier Tage, wo ich nicht anwesend bin, wird sich mit Sicherheit einiges anhäufen im Bereich Anfragen und so weiter und so fort. Und somit bitte ein bisschen Geduld haben, ich melde mich dann ab dem 13. im Laufe dieser Woche und versuche natürlich wieder alle Fragen, die interessant sind, auch entsprechend kompetent zu beantworten. Bis dahin wünscht mir Glück bzw. wünscht mir Glück und drückt mir die Daumen, dass alles gut verläuft, Form ist soweit ganz gut, aber ihr wisst ja, es zählt immer der Tag X auf der Bühne, Konkurrenz schläft nicht, die Jungs sind alle gut international, kommt die Elite und somit schauen wir mal, was dabei rauskommt. Bis dahin, Andreas Drinbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, Deine Fitness, meine Aufgabe.